Arne ist ein wunderschönes Dorf. Mit wunderbaren Menschen. Es ist sehr authentisch und es geht wirklich um Musik. Also man spürt hier einfach die Lust der Musiker zu musizieren. Schön, ruhig, kreativ. So viel tolle Musik an einem Ort. So there's a real feeling of adventurousness around the programming. Vom Barockprogramm bis zu den Jazzkonzerten, das ist eine riesige Palette. Das Tolle an den Kammermusikwochen ist... Diese Freude am Neuen und an der anderen Person. I love Arne because... One feels always welcome. Es hat irgendwie so ein bisschen einen Zauber. You can't help but fall in love with it. Es ist einfach... ...schön. Ich bin in Arne aufgewachsen und äh... Ich wollte die Niederlönerst sein. Ein bisschen kitschig, oder?